Eigentlich ist der Name hier Programm und zwar kennt es wahrscheinlich jeder, gerade wenn man eine Beziehung zu einem Menschen hat. Es gibt einfach Phasen, da hat man mal Höhen, dann gibt es Phasen, da hat man Tiefen, also es gibt Auf und Abs in jeder Beziehung. Nicht immer ist alles okay, nicht immer ist alles so einfach vergeben, doch wir sind immer für uns hier. Die beiden sind jetzt eine Zeit lang zusammen in der neuen Welt, in der Stadt, in Chicago und merken, der Trott tritt ein, der Alltag tritt ein, man hat viel schon erlebt, vieles ist jetzt normal geworden und jetzt geht es darum, das zu erinnern. Ich habe hier den Song aus zwei Perspektiven geschrieben, beziehungsweise, das ist falsch, aus einer Perspektive, aber aus zwei Gefühlslagen, eben die erste Gefühlslage ist die Strophe 1, aus der Sicht des von einer Person nur, wo es ihr schlecht geht, wo er nicht weiß, was er tun soll. Die Strophe 2 ist eher so ein Hoch, wo es mal nach vorne geht, wo man Motivation hat und in der Hook habe ich eine melodische Rhetorik, sag ich mal, reingebaut. Wenn ich aufsinge, singe ich tiefer, wenn ich absinge, geht es nach oben, um einfach so eine Gegenseitigkeit zu erschaffen.